Der Ball von Alba, Siegtreffer eben. Das Spiel war unglaublich. Zehn Tore von Alba und das alles nach dem Bruch. Wir waren zuerst total unsicher, ob die OP wirklich das Richtige für sie ist. Aber der Spezialist in der Klinik war wirklich klasse. Hi Papa. Was ein geiles Spiel, oder? Jetzt freuen wir erst mal. Hey, kennt ihr das auch? Euer Kind soll ein Medikament bekommen und bei den Nebenwirkungen wird euch total schlecht? Ihr wisst ja, unser Mika, der hat Probleme mit den Bronchien. Und jetzt soll er dagegen Cortison nehmen. Und jetzt schaut euch mal diesen Beipackzettel an. Da blickt doch keiner mehr durch. Na super. Und Freitagnachmittag, da reichst du ja auch keinen Arzt mehr. Und da habe ich das Gesundheitstelefon der Generali ausprobiert. Und da haben wir mit einem Arzt gesprochen und der hat uns alles nochmal in Ruhe erklärt und auch versichert, dass das Medikament wirklich sinnvoll ist. Es ist wirklich ein super Service. Guck mal, ich bin gefallen und jetzt ist mein Arm zerbrochen. Aber ich durfte im Krankenwagen fahren und der Mann hat die Sirene angemacht. Gleich kriege ich mein Zimmer mit Mama. Darf ich mal kurz? Dankeschön, Schatz. Hallo an alle. Keine Sorge. Wir kümmern sich alle ganz lieb um Charlotte. Wir bleiben jetzt erstmal über Nacht hier, aber alle zusätzlichen Kosten für Chefarzt und Zimmer übernimmt die Generali. Okay, ich melde mich später dann nochmal. Hallo ihr Lieben. Hallo. Wir wollen uns herzlich bei euch bedanken für die zahlreichen Nachrichten über das Thema Lippen, Kiefer, Gaumenspalte. Ja, wirklich. Vielen Dank an jeden Einzelnen von euch. Wir waren natürlich sehr geschockt über die Diagnose, aber hey, wir haben gute Neuigkeiten. Das stimmt. Ich habe nämlich eine Zusatzversicherung und unsere Vermögensberaterin hat mich dann darüber aufgeklärt, dass da eine Gesundheitsgarantie mit drin ist. Und das bedeutet, wenn unser kleiner Schatz auf die Welt kommt, dann kann er die auch haben und ist für den Rest seines Lebens versichert, egal wie seine Gesundheit sich entwickelt. aus dem Untertitelung des ZDF, 2020